So, dann bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play The Walking Dead Season 1. Immer noch mit Largle dabei und natürlich mit mir, der Boom36. So, darf ich denn jetzt endlich mal auch mir die Scheune anschauen? Ich glaube, man darf das auch gar nicht vom System her, ne? Die Frage ist, warum ging das einfach an? Weil im Endeffekt muss man ja es ja hier anschalten mit dem Generator. Und wir wissen ja, wer da dran gearbeitet hat, ne? Ähm. Ja, der hat das definitiv mit Absicht gemacht. Und warum seht ihr alle auch noch in diesem Kapitel? Naja, ob das so eine gute Idee ist mit dem Heu, naja. So, ich mein, wenn die brennende Pfeile schicken, ne, brennt das Heu weg. Oh, jetzt öffnet er leider die Tür nicht, also man kann das Geheimnis der Scheune noch nicht enthüllen. Zumindest jetzt noch nicht. Ich frage mich nur, wo die Kuh ist, ich hab mal keine Kuh gesehen, ne? Aber die würden da Scheune sein. Hallo, Lovie. Willst du nicht mit mir sprechen, gut, dann nicht. Dann spreche ich halt mit Lilly. Ich nehme an, du hast dich mit Kenny vertragen. Äh, was ist dein F... Ich nehme an, du hast dich mit Kenny vertragen. Warum muss ihre Schrift grün sein? Tja. Äh... Kenny hegt immer noch Hoffnung. Äh, 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 toll. Ich bin auch kein perfekter Anführer, ja? Was hältst du davon, das Motel zu verlassen? Was deinen Vater angeht. Hey, äh, kann ich dich mit dir in einem Sekunden sprechen? Okay. Es hat drei Monate. Dein Vater tritt mich trotzdem, als ob ich ein Kind von Arschlein bin. Ja, äh, 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 äh. Äh, 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 äh Ja, aber Larry kann auch mal versuchen sich mit ihm wenigstens zu arrangieren und nicht immer gleich auf uns losgehen. Ja. Ja, lieber werden wir rausgeschmissen, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das Spiel für manche wirklich noch blind ist, ne. Ich glaube, ich glaube es eigentlich fast gar nicht mehr. Ja, also entweder haben es die Leute gespielt oder es selber schon als Let's Play bei zigtausend von Leuten angeguckt und ja. Ich meine, für mich ist der Season 2 immer noch blind. Habe ich immer noch nicht selbst gespielt. Und noch nie gesehen bei jemandem. Nein. Wow. Außer den Anfang, den hat John mal in einem Livestream gezeigt. Aber sonst, das waren vielleicht nur eine Stunde oder so. Ja. Ja, gehen wir. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss, ne. Ach, Clementine ist so süß. Vor allem, was ja auch merkwürdig ist. Woher wissen die so ganz genau, wo das Camp ist? Ja. Ist auch merkwürdig. Sieht so aus, wie wenn da keiner wäre. Schleiche ins Lager. Okay. Äh, sieht leer aus. Mhm. So sieht er sich das Zelt an. Könnte ja jemand drin sein. Okay, ich möchte ins Zelt gucken. Kannst du erst, wenn er weg geht von dem Zelt. Was? Ich darf nicht. Gemein. Du musst dir den Tisch links mal ansehen. Links. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Gut, dann schauen wir halt links. Nichts außer leere Dosen. Äh, nichts außer leere Dosen. Da liegt Milch. Wie wäre es damit? Ja. Wie wäre es damit? Was willst du damit jetzt anfangen? Was willst du damit jetzt anfangen? Äh, ja, genau. Sie macht das Kampftraining. Was sonst? So, darf ich jetzt mir ein Zelt anschauen? Ja. Ich will nämlich da etwas Bestimmtes haben. Und zwar das hier. Clementine's Cappy. Ich bin ein Zelt. Die Leute haben sie zuerst geworfen. Warum bist du hier allein? Was hat dich passiert? Das ist eine verdammt Frage, Herr. Sie sagten mir, dass ich sie sicher wäre. Die Menschen, die hier leben. Aber sie waren nicht sicher. Nicht für mich, nicht für meine Mädchen. Sie haben sie nicht gut behandelt. Sie hat sie weggebracht, in den Wald. Sie sagten mir, woher. Und ich habe sie gebeten, in jeder Art und Weise, wie ich dachte. Sie haben einfach gelacht. Ich habe sie gebeten. Und ich bleibe hier, bis sie zurückkommt. Sie zurückkommt. Sie zurückkommt. Jetzt vielleicht nicht hörst du mich letzte Mal. Wenn ich dich gefragt habe, bitte, 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 ich werde dich nicht töten. Ich werde das hier crossbowen und ein ganz starkes Aero durch deine Augen. Und in deine ganze Sprache. Du wirst. Du wirst. Du wirst. ... All men are monsters Take what they want and destroy it all Take a can of beans Take a little girl It's all the fucking same to you Where did you get this hat? A little girl You stole it from her So what if I did? You stole her from me What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind I'm putting this arrow right through your balls Yeah, right through Ouch Then I head down to the arm and shoot every goddamn person I see Put down the crossbow No sir, I need it I need it to kill you fuckers Go on Tell him boys Tell him what you got in mind Äh, ich wollte sie nicht erschießen Hallo? Hast du auch nicht? Der andere hat geschossen Ich weiß, aber Ich hab ja die ganze Zeit die Wahl gehabt Sie zu erschießen oder nicht Nein, sie hat auf mich gezielt, du Idiot Vielen Dank für den Einkauf Trophäe ein Wo ist unser Einkauf? Mich stört ja, dass man die Trophäen leider nicht in der Aufnahme sieht Sieg nicht Ja, genau, sieh nur noch die Armbrust weg Aber er wollte sie uns eigentlich nur die Wahrheit über die Farben erzählen, ja? Ja, und das hat er halt verhindern wollen. Tja, tja, tja. Aber immerhin haben wir jetzt die Käppi wieder. Hm. Ah, ja. Was haben die schon da für ein Problem? Ah, ja. Ah, ja. Sie können sich auf irgendetwas einigen. Irgendwie scheint es da draußen gleich zu regnen. Also klingt nicht gerade der Ton. Ah, bei mir regnet es nicht. Wird auch heute nicht mehr. Ach, die Kuh ist wirklich im Stall? Okay. Wo soll sie sein? Im Haus? Bei der Alten im Schlafzimmer oder was? Nein, ich dachte, dass sie eher draußen steht oder so, auf der Weide oder sowas. Na, aber wenn die krank ist, dann wird die kaum auf der Weide stehen. Naja, wenn man bedenkt, was mit der Kuh ist, ne? Naja. Zum Beispiel, was mit der Scheune ist. Deswegen finde ich das nicht so toll. Ist das da schon... Also das ist der Zaun. Ja, okay. Lass gut sein. So, geben wir ihr doch mal in ihre Käppi zurück. Hätt ich was über den Videotake noch machen können? Was? Hätt ich was in dem Videotake noch machen können, was in dem einen Teil, was ich da hab. Was? Also das komische Teil, was ich da gesammelt habe in dem Lager. Hm. Hätt ich damit noch was machen können? Das ist ja leer. Mit dem Aufnahmegerede oder was? Ja, ja. Nee, du hast es halt einfach eingesteckt. Man kann sie es nicht anhören oder anschauen. Hm, noch nicht. Ah, noch nicht. Okay. So. Guck mal. Meine Hote! Du hast es gefunden! Ich wusste, dass du es finden! Wer sagte du würden! Listen, du hast dein Hote getan? Nein. Du hast du jemanden liebben, isst du sie sich rundhernd? Das gab es nicht? Warum? Es ist wahrscheinlich nicht. Ja, avis mir mal, ob du schon gesehen hast. Okay. Ja ja. Hey, Lee. Du denkst, dass du überhaupt noch electrical haben kann? Äh, eines Tages? Die sieht sehr krank aus. Wie sollen denn eigentlich nur eine Kuh? Ich war ganz im Ernst. Äh, Danny und ich haben im Wald eine Frau getroffen. Wie geht's der Kuh? Wann, glaubst du, können wir essen? Na, darf ich? Darf ich? Ohne, dass du gleich schimpfst? Warte mal, hier war doch noch was. Nein? Gut, dann nicht. Da ist nichts drin. Die haben ein bisschen arg viele Ställe, nur für eine Kuh. Wie nett. Ich würde am Heu spielen. Nein, du darfst nicht. Was sind das für Kisten hier? Empte. Ach, so ein Mist. Leere Kisten. Steht nur Müll rum, ne? Ne, geh mit dem Mauszeiter runter. Geh nochmal rein. Nochmal? Geh runter mit dem, dann kannst du dir die Sachen da angucken. Sieht aus wie ein paar alten, dörter Klochen. Oh, das riecht ziemlich feil. Warum hast du ja an der Klamotten gerochen, ey? Der Typ macht mich wahnsinnig. So, was haben wir hier drin? Nichts. Stimmt, die anderen Sachen sind ja erst in der anderen Scheune drin, ne? Aber du kannst da mal zur Tür gehen, da hinten. Ja, das mach ich auch gleich. Warum liegen die Zaunfelle da? Bisschen dämlich, oder? Bisschen arg weit weg vom Zaun, ne? Guck erst mal den Fleck unten rein. Okay. Ich werde sie am jeden Preis beschützen. Ich weiß, du wirst. Schau, der Typ mit Katja, was ist der Name? Er hat es richtig festgelegt, als wir in. Ich habe definitiv gehört einen Geräusch da hinten, Lee. Was? Mein Punkt ist, wir müssen sicher wissen. Also geh holen einen Hammer oder was, und ich habe das Ding auf in einen Moment. Du gehst mich auf, in case die Farmers kommen. Hör auf, Mann. Ich denke das mal. Du hast die Leck. Dann, was, wenn du dich falsch bist? Du einfach hast deine Chance bekommen, einen guten Mehl von diesen Kindern, die du versuchen zu retten. Na, toll. Ähm... Ich schaue. Du warst in der Stadt! Ah, Florida. Also... See those screws? Instead of breaking the bad lock, we can just take off the assembly, have a peek inside it, and then replace it all again, like nothing ever happened. All right. Sounds like you gotta play. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Das ist eine Ausrede gefunden. Das ist eine Ausrede gefunden. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Hey guys, seriously. Don't fuck around with that. Come on. Enough already. Lenk ihr Andy ab, um die Scheune zu kommen. Musst erst mal raus aus der Scheune. Okay. So, wir sprechen noch kurz mit ihm. Wie will ich mich entschlossen? Äh, ich lenke... Wie lenke ich Andy ab? Any thoughts on how to distract Andy? I don't know, man. Just look for something outside of the barn. We need him out of here. Gut, von mir aus. Äh, äh... Äh, äh... Ja, und wo krieg ich jetzt einen Schraubenzieher her? Geht raus aus der Scheune. Gut. Äh, wir machen aber trotzdem hier weiter erst im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.